Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anna? 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 Ich frage dich, was das sein soll. Rettig. Wir suchen unsere Tochter. Das sagen alle über 40. Ich bin erziehungsberechtigt, denn meine Tochter ist minderjährig. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass sie da drin ist. Und damit ist die Diskussion für mich beendet. Stell dir vor, wir sind aus derselben Stadt. Es ist Annas Lehrer. Ja. Ja, die suchen ihren Sohn. Ich verstehe die jungen Leute nicht. Die können nichts als Stromvitaille spielen und Haschisch spritzen. Bist du eine Freundin von Nick? Ja. Und wo ist er hin, unser Nick? Das haben wir gestern bei Anna gefunden. Haschisch? Hey, was ist denn los mit dir? Ich dachte, du wolltest das. Du wolltest doch Erfahrungen sammeln. Aber doch nicht so. Das sieht bestimmt doof aus bei mir. Spock an Captain Kirk. Es gibt Spock. Commander, absolut keine Anzeichen von intelligentem Leben auf diesem Planeten. Du schleppst Anna ab, lässt ihn in der Küche auf dich warten. Und dann fickst du auch noch mit Claudio rum. Ich dachte, mit Claudio ist Schluss. Gabi, das ist ganz anders, als du denkst. Und wer ist überhaupt Anna? Was ist das? 25. Juli, 4.37 Uhr früh. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, die Polizei zu rufen. Anna, wo bist du? Das Haus war alles zusehends. Und ich fürchte, wenn das so weitergeht, kommt jemand vom Jugendamt und bringt mich in ein Heim. Karin?